hallo herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin sabrina ich wollte euch mal ein kleines kurzes video vorbeischicken ich habe ja ein bisschen mitgemacht beim november und habe einen kleinen aussteller gemacht und ein kleines 30x30x40 bild genau dann fangen wir mal an ich habe mir hier den kleinen bichtel ausgesucht mit vielen sondersteinchen genau so ein blümchen im haar noch mal hier oben eine blume ein kleines mädchen genau mit diesen krassen kleinen zarten sondersteinchen ja ist schon versiegelt also kann ich im sommer aufstellen oder im frühjahr ja sehr hübsch hinten die folie habe ich abgezogen genau nummer eins und dann habe ich noch mal für den winter mir das hier gemacht wo der kleine genommen aus dem fenster schaut eine tasse tea trinkt mit dem kleinen weihnachtsbaum und ein geschenkchen mit dem dampf hier hatte ich ganz schön hat sich super legen lassen war so ein bisschen gemischt mal ein bisschen color blocking und ein bisschen konfetti ich finde auch der weihnachtsbaum kommt ganz gut raus man sieht da diese sap oder wie auch immer die dinge heißen die kien apple die mütze schön in der kamera kennt man noch ein ticken besser die tasse und das funkelt ja genau das war es für mich auch schon ich wollte zwei sachen machen weil ich noch zwischendurch ein bisschen was anderes paint ich dass ich nachher noch in so vielen wipps nächstes jahr starten ja ich verlinke euch unten im november die facebook gruppe genau von meli und heidi ich verlinke euch auch deren beiden kanäle genau das dazu vielen dank fürs zuschauen bis dahin